Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen in meine Torten und Kuchenwelt. Ich liebe Buchteln und die kann man beliebig füllen. Und heute habe ich für euch Buchteln vorbereitet mit Pflaumenmus, mit Zimt da drin, das ist genau passend zu Weihnachten und kommen wir dann auch gleich zu den Zutaten dazu. Für den Teig brauchen wir 150 Milliliter lauwarme Milch, 120 Gramm weiche Butter, 3 Eier, 100 Gramm Puderzucker, 750 Gramm Mehl, ein Päckchen Vanillezucker, ein Würfel frische Hefe. Zuerst habe ich die Milch in meine Rührschüssel hineingegeben, die Hefe, Vanillezucker und Puderzucker. Das Ganze habe ich dann mit einem Rührbesen verrührt. Danach habe ich dann die weiche Butter und die Eier nacheinander hineingegeben und mit dem Schneebesen schön weiter verrührt. Und anschließend das Mehl. Dann wird der Teig vorbereitet. Erst habe ich das mit einem Rührbesen vermischt und dann mit den Händen natürlich geknetet. Das wird kein fester Teig, wundert euch nicht. Zwischendurch könnt ihr dann eure Hände mit Öl bestreichen. Dann habe ich den Teig abgedeckt und an einem warmen Ort so ungefähr eine Stunde gehen lassen. Für die Füllung habe ich so ungefähr 500 Gramm Pflaummus genommen. Ihr könnt auch weniger, aber ich mag das, weil das mit viel Füllung ist. Und dann habe ich so ungefähr ein Esslöffel Zimt und ein bisschen Liebkuchen Gewürz hineingegeben. Liebkuchen Gewürz ist sehr intensiv. Pass auf, also nicht zu viel hineingeben. In der Zwischenzeit ist der Teig sehr schön gegangen und ich habe aus dem Teig 16 Bällchen vorbereitet. Die Bällchen habe ich dann auf meiner Handfläche ein bisschen auseinandergezogen und so ungefähr ein Teelöffel Pflaummus hineingegeben und zugeschlossen zu einer Kugel geformt wieder. Dann beiseite gelegt. Ich habe erstmal 15 Stück so vorbereitet. Für das neue Jahr habe ich für euch richtig leckere Rezepte vorbereitet, aber wenn ihr noch Rezeptwünsche habt, dann könnt ihr mir einen Kommentar hinterlassen. Ich habe die gefüllten Bällchen auf ein Backblech gegeben. Unten habe ich fünf Stück, dann vier, dann drei, dann zwei, dann kommt nach oben noch eins. Das letzte habe ich dann ein bisschen länglich geformt. Damit werde ich den Baumstamm machen. Den habe ich dann natürlich auch mit Pflaumenmus gefüllt. Ich habe es dann auf dem Blech noch mal weitere 30 Minuten gehen lassen. Nach 30 Minuten habe ich dann mein Gebäck mit Eigelb bestrichen und im vorgeheizten Ofen bei 180 Grad so ungefähr 30 Minuten gebacken. Mein Gebäck ist raus aus dem Ofen und wie ihr sehen könnt, sind sie wirklich super super lecker geworden. Vor allem super weich. Das heiße Gebäck habe ich dann sofort mit reichlich Puderzucker bestreut und fertig zum Essen. Und jetzt möchte ich euch mal die Füllung zeigen. Wie gesagt, das Gebäck ist wirklich super weich geworden und die Füllung war auch richtig lecker. Genau passend für Weihnachten. Ich hoffe natürlich, dass euch auch dieses Rezept gefallen wird. Euch wünsche ich viel Spaß dabei und sage Tschüss bis im nächsten Video.